Petter Alexis Askergren, bekannt als Petter, ist ein schwedischer Rapper aus Stockholm. Karriere, der auf Schwedisch Rap Ende Petter hatte sein Debüt 1998 mit dem Album mit Siete Sinne, welches als Auslöser der schwedischen Hip-Hop-Welle in den späten 1990er Jahren und frühen Zweithausändern gesehen werden kann. Sowohl die erste Single Winding Hafiend als auch das Album kamen in die Top 10 und erreichten Goldstatus. Mit dem zweiten Album Banan Republiken stieg er ein Jahr später auf Platz 1 ein und bekam Platin, ebenso wie für die Albums Single Saka und Empting, die auf Platz 2 der Single Charts kam. Das Album konnte sich sogar im Nachbarland Norwegen platzieren. Das Nachfolgealbum Petter konnte 2001 die Erwartungen nicht ganz erfüllen und erreichte keine Top 10 Platzierungen, wurde aber immerhin wieder mit Gold ausgezeichnet. Die nächsten beiden Alben Ronen und P. erreichten zwar bessere Platzierungen, P. war sein zweites Nummer 1 Album, erreichten aber nicht die vorherigen Verkaufszahlen. Die Single D.E.T. Gabi R. Anu war noch ein größerer Erfolg und erreichte Platz 3. Daneben rappte er zusammen mit Mange Schmidt bei dessen Nummer 2 Hit. Giftig. Mit den nächsten beiden Studioalben Goddammit und Onrede Dary Nöden konnte Petter seine Position als etablierter Chartinterpret unterstreichen. 2010 gehörte er dann zu den ersten sieben Teilnehmern von Essa Maiket Bettry, der schwedischen Ausgabe von Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Höhepunkt der ersten Staffel war die Interpretation seines Hits Mikrofon Cut durch die Sängerin September. Ihre Version wurde danach ein Nummer 1 Hit und hielt sich elf Wochen an der Spitze der Charts. Auch Petter selbst konnte mit drei Coverversionen in die schwedischen Charts einsteigen. Nach der Fernsehsendung veröffentlichte er das Album Sammler Oten, das seine sechs Serienbeiträge enthielt, sowie vier Duette, von denen zwei zuvor als Single erschienen waren. Mit Längesen zusammen mit Veronika Maggio und Bexmaler mit September waren zwei seiner insgesamt drei Lieder enthalten. Die Platin-Status erreichten, Bexmaler erreichte ebenso wie das Album Platz 3 der Charts. Zwei Jahre später war Petter in einer weiteren Fernsehsendung vertreten. In der einzigen Ausgabe von The Voice Swirige war er einer der vier Juroren. Erst im Jahr darauf gab es eine weitere Veröffentlichung von ihm. Das Album Burjan Paa LLT erschien 2013 und er bekam dafür nach zwölf Jahren wieder eine goldene Schallplatte für ein Album. Jedoch blieb er diesmal ohne Single-Erfolge. Petter besitzt eine Plattenfirma namens Bananrepubliken und studierte auch eine Weile Kunstgeschichte an der Universität von Uppsala. Er hat zusammen mit seiner Frau Mikaela zwei Kinder. Diskografie Kritik 1 3 1 1 1 2 1 4